Servus Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute habe ich was ganz besonderes für euch und zwar aus dem Schaltwerksschweigern, aber eigentlich von Pivot. Und zwar hat Pivot vor ein paar Wochen ein ganz neues Fahrrad auf den Markt gebracht und eigentlich ist es ein Cross Country Rad, aber wie ich mir sagen lassen habe, kann das Teil noch ganz viel mehr, hat 100mm hinten und 120mm vorne und wir gucken heute einfach mal was das Teil kann. Ich habe hier gerade ein Testradar aus dem Schaltwerksschweigern von Pivot aus der Testflotte und wir gucken einfach mal was das kann, aber jetzt zeige ich euch erstmal das Bike. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Ja Leute, also ihr seht schon, wir haben hier eine richtig geile Kiste am Start. Ein Pivot Mach 4 SL, die neue Variante vom Mach 4. Ich würde sagen Cross Country Rad, aber mit richtig guten Trail Eigenschaften. Wie mir gesagt wurde, ich habe es selber noch nicht rausgefunden, habe es auch nur auf der Straße gefahren bis jetzt. Und wir haben hier eine echt Hammer Ausstattung. Wir haben ein Fox, das neue Fox Live Wealth System, um hier maximale Feder Performance rauszuholen und maximale Effizienz zu erlangen. Dann haben wir DT Swiss Carbon Laufräder. Wir haben die neue XTR 12-fach als Antrieb. Kurbel ist die Race Face Next SL, also die leichteste Carbon Kurbel, die es so gibt. Und XTR Bremsanlage, die neue Vierkolben. Also wirklich ein Bike, das hier wirklich auf High End ausgelegt ist. Wir haben aber zusätzlich, trotzdem wie in einem Trail Bike, könnt ihr hier sehen, noch eine Dropper Post. Also das heißt, wir haben da eine Fox Transfer verbaut und können somit, wenn es auf dem Trail geht, den Sattel absenken, was ich ein mega cooles Feature finde. Weil mir gibt es einfach so viel Freiheit immer mit dem Bike und so viel mehr Sicherheit, wie wenn man so weit oben sitzt. Für ein Cross Country Rad wirklich ungewöhnlich, aber ich finde es mega praktisch und bin mal gespannt, wie es auf dem Trail macht. Ja, jetzt gibt es noch eins von mir und zwar, wir müssen das Teil jetzt einfach testen. Wir müssen damit auf dem Trail, damit ich und ihr auch mal so einen Eindruck von dem Teil bekommt. Weil ich bin wirklich gespannt, was macht das Ding auf dem Trail. Ich habe mich da drauf gesetzt und mich direkt wohl gefühlt, obwohl es ein Cross Country Rad ist, wo man ja meistens ein bisschen komisch drauf sitzt. Aber ich bin richtig gespannt, was auf dem Trail angeht. Das heißt, Bike Klamotten anziehen, ab auf den Trail und das Teil einfach mal ausfahren und gucken, was es kann. Ich habe richtig Bock drauf, nehme euch mit der GoPro mit. Let's go! Yo Leute, also jetzt von der GoPro, ich sitze hier mittlerweile auf dem Teil. Es hat gerade die ganze Zeit geregnet, richtig gewittert. Ihr seht noch, wie schwarz es draußen ist, hier die Wolken. Schaut mal auf die Uhr. Es ist 20.30 Uhr, halb neun. Ich bin jetzt hier noch unterwegs, weil es mich echt interessiert und weil ich euch wenigstens einen Trail bieten will. Den kriegen wir hoffentlich hin. Eine Abfahrt, gerade fürs Video, weil ich ja gesagt habe, ich gehe auf den Trail. Und das will ich euch jetzt auch noch bieten. Und ja, ich würde sagen, ich gebe gerade ordentlich Gas auf den Ding. Wir sehen uns gleich auf dem Trail. Und bis gleich. Ja Leute, ich knall hier jetzt gerade so einen Schotterweg hoch. Ich gebe ziemlich Gas. Ich fahre 23 kmh. Und ich muss sagen, das Fox-System arbeitet jetzt hier schon richtig kräftig. Das merkt man. Es ist trotzdem straff beim Hochtreten. Aber die kleinen Schläge, die greift es einfach raus. Und ich muss jetzt atmen, kann nicht mehr reden. Viel Wasser, ich bin gleich auf dem Trail. So Leute, ich bin angekommen am ersten Trail. Gabel und Dämpfer muss ich nicht aufmachen, macht es da selber. Sattelstütze runter. Und ich würde sagen, let's go. Es ist ziemlich rutschig. Gucken, dass ihr hier nichts abgekriegt habt. Ich bin echt mal gespannt jetzt. Muss mal ein bisschen langsamer machen. Neues Rad und hier ist ziemlich zugewachsen alles. Alter. Ich bin echt mal gespannt. Da sieht man ja fast nichts. Alles zugewachsen hier. So, aber jetzt geht's los hier. Bin auch mal gespannt, wie sich die Bremsscheiben machen. Okay, hier ist es sehr rutschig. Hat er ja gerade erst gewittert. War alles zugewachsen. Gegenanstieg. Komm, Fox. Zeig, was du kannst. Sattelstütze hoch. Jawohl. Geht sehr geil. Muss sagen, die Shimano-Schaltung schaltet bedeutend gut. Ist die neue XDR 12er. Es geht wieder runter, ich muss mich konzentrieren. Und es ging gerade am Gegenanstieg echt gut. Alles nass. Ganze Gesicht. Pre-Hop. Sehr geil. Geht. Ich fahre übrigens mit Klickpedalen. Eckbeater von Crankbrothers. Habt ihr einen Porn gesehen gerade. Sehr rutschig hier. Ich fahre ohne Brille, weil es zu dunkel ist für die Brille. Deshalb sehe ich ziemlich wenig. Aber jetzt komm. Vollgas. Hier durch. Ich sehe kaum was. Boah, Ast. Langsam hier. Jetzt wieder rein in den Trail. Ziemlich zugewachsen. Also, Gegenanstieg, Direktschaltung. Yes. Geil. Direkt Vollgas raus hier. Ich bin glatschen. Aber es hat echt gut funktioniert. Für die Verhältnisse Respekt. Ja, mittlerweile gechillter Feldweg hier. Also, ich muss sagen, zu dem Fox-System. Ich habe es gerade extrem gemerkt, wo ich unten aus dem Trail rausgekommen bin und direkt Gas gegeben habe, dass da einfach zu ist. Und da kann man ganz anders von unten raus beschleunigen, wenn man da am Anfang eben so viel Übertragungskraft hat. Also, da war ich echt kurz erstaunt, wie gut das Ding abgeht. Und allgemein zum Fahren hier zum richtig Gas geben. Es ist Ding gemacht und funktioniert richtig gut. Das ist der nächste Trail. Da geht es jetzt rein. Viel Spaß euch. Ich labere mal nicht so viel. Konzentriere mich lieber ein bisschen. Hier geht es in den Wald. Let's go. So, eben dieser Antrittsmoment, wie gerade eben. Krass. Es marschiert einfach. So, jetzt Sattelstütze runter. Genug Speed gemacht. Ja, Bremse meldet sich auch. Aber ihr habt gesehen, ich habe hier zum ersten Mal gebremst. Für das, dass es so dunkel ist und ich keine Brille habe, bin ich ganz schön fast unterwegs. Jetzt kommen ein paar Schläge. Fox, ja. Geil. Juhu. Boah. Nies Wasser ins Gesicht gekriegt. Boah, ein paar Schläge. Meister, das Ding gut. Kommt gar nicht zum Bremsen. Und Vollgas. Yeah. Juhu. Also, die Kiste macht so viel Spaß. Das ist echt unglaublich. Unglaublich. Krass, Mann. Juhu. Geil, Mann. Jo, Leute. Also, ich bin jetzt wieder daheim. Habe es geschafft, noch eine kleine Runde zu drehen. Wie ihr seht, ich bin klatschnass. Kommt aber nicht von oben, sondern nur von den Bäumen, wo ich zwischendurch gefahren bin, wie ihr ja gesehen habt. Ich muss sagen, das Ding ist eine Rakete. Ich bin jetzt keine anspruchsvollen Trails gefahren, aber es hat auf dem Trail trotzdem mega Spaß gemacht. Und dieses System ist der absolute Wahnsinn. Wie das abgeht, wie das die Dinger regelt, die Stöße und so. Und zwischen Bergauf und Bergab hin und her schaltet, ist einfach der Hammer. Und wenn ihr so ein Ding mal testfahren wollt, bei Pivot, auf allen Pivot-Events, haben die die Dinger jetzt dabei. Könnt ihr die fahren und testen. Ich kann es euch nur ans Herz legen, wenn ihr da mal seid. Fahrt so einen Teil. Auch wenn es nach Cross Country aussieht, macht es mega Spaß. Könnt mal schauen bei www.pivotcycles.de oder .com, weiß ich nicht genau. Schaut einfach mal im Internet. Und da findet ihr die Dinger. Ich blende es euch gerade mal ein. Und da seht ihr, wo die überall auf den Demo-Events sind. Und dann könnt ihr euch vielleicht auch mal so eins aussuchen und dort hinfahren und das ausprobieren. Macht mega Spaß. Und genau, ich würde sagen, das war es mit dem Video. Falls ihr Bock habt, die Strecke euch anzuschauen, wo ich gerade gefahren bin und wie schnell ich war und so. Könnt ihr das gerne machen. Auf Strava einfach Jonas Heidel eingeben. Dort findet ihr die Tour hier. Ich schreibe da auch rein, Pivot macht 4SL Test Ride. Und da könnt ihr euch das anschauen. Falls ihr da Bock drauf habt, schaut da mal vorbei. Ich packe euch auch den Link in die Beschreibung. Und jetzt würde ich sagen, das war es von dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Haut rein. Bis auf trockenes Wetter. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.